Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Storypower-Podcasts. Der heutige Titel heißt die Imbergwanderung zur Moosalb, die da auf 1229 Hörmeter ist. Also heute eine Begegnung, ein Erlebnis, eine Wanderung und daraus zeige ich Ihnen, anschließend zeige ich Ihnen, was man dann alles daraus ziehen kann. Und ich hoffe, es ist spannend, wie kann ich es dann im Business einsetzen. Zunächst mal also zur Imbergwanderung. Ich war im Allgäu, im September im Allgäu, in meiner Heimat. Und das war am Samstag, Samstag, 21. September 2019. Ein wunderbarer Tag. Es beginnt, wenn die Sonne ist und recht früh drauf, allerdings etwas frisch. Mit meiner Nichte Sabrina fahren wir beide, vielmehr sie fährt, nach Steibis im Allgäu, durch den Ort hindurch, weiter zur Talstation der Imbergbahn. Wir fahren jetzt nicht mit dieser Imbergbahn hoch, sondern ich will ja meine Fitness da verbessern. Wir wandern hoch. Die Sonne scheint immer noch klarer blauer Himmel, also wie man sich das einfach so vorstellt, ideales Wetter. Es ist anfangs noch kalt. Teilweise weht auch immer wieder mal so ein frisches Lüftchen oder sogar ein frischer Wind. Das erste Ziel ist dieses Imberghaus, das auf 1.213 Höhenmeter ist und das nach einer Stunde von mir geschafft worden ist. Ich bin schon das erste Mal sehr stolz auf mich, auf diese Leistung, 300 Höhenmeter. Und ich bin auch das erste Mal mit diesen Wanderstöcken unterwegs. Das ist so nicht so mein Ding gewesen bisher. Ich habe es aber trotzdem mal jetzt gewagt, mit Wanderstöcken zu wandern, eben diese 300 Höhenmeter. Weiter geht es von dort aus, von diesem Imberghaus. Wir wollen ja Richtung Moosalp. Dornäst geht es jetzt zunächst mal den Weg entlang. Und wir sehen schon links und rechts etwas ins Tal hinunter. Und plötzlich kommen wir an einen Wegweiser. Drei Wege sollte er eigentlich anzeigen. Es sind auch mehrere Tafeln dort. Es gibt einen Weg, der etwas gerade ausgeht, also leicht links weg. Dann gibt es einen mittleren Weg, der hoch geht, also sehr steil hoch. Ich habe nachher nachgeschaut, 80 Höhenmeter, mega, sehr steil hoch. Und einen Weg, der dann leicht rechts weg geht. Wir wollen zum Moosalp und auf diesem Schild, auf diesem Wegweiser, es gibt auch dieses Schild, wo es auf dem Moosalp besteht. Leider zeigt er nicht klar den Weg. Also er zeigt irgendwie genau zwischen dem linken, der etwas flach weiter geht, genau dazwischen zu dem, der sehr steil aufwärts geht. Wir fragen andere Wanderer. Keiner kennt sich aus, sind Touristen. Schließlich besprechen wir das. Und ich meine, ja, du Sabrina, ich will ja meine Fitness steigern. Wagen wir diesen Weg hinauf. Also schleppe ich mich da oder quäle ich mich teilweise langsam, Schritt für Schritt mit der Nichte als Schrittmacher, diese weiteren 80 Höhenmeter hoch. Und wie wir oben ankommen, wahnsinnig eine fantastische Sicht aus, von dem Punkt, wie wir da oben ankommen. Zunächst mal in die Vorarlberger Berge, auf der einen Seite und auf der anderen Seite nach Bayern und Baden-Württemberg. Wir hatten sowieso, wie ich es schon erwähnt habe, einen wunderbaren Tag. Also es war schon einmal die erste Belohnung. Die zweite dann, was ich auch stolz war, dass ich weitere 80 Höhenmeter. Wir gehen dann weiter den Weg. Es geht am Grat entlang. Immer mal auf und ab. Zum Beispiel zum westlichen Imberg, der auf 1300 Höhenmeter ist. Zur Fluh, die dann auf fast 1400 Höhenmeter ist. Und schließlich dann bis zum steinenden Tor, der auf 1280 Höhenmeter ist. Und vorher sehen wir schon auch links weit unten, weit vorne unten, da ist die Moosalp. Wir steigen dann runter zum Moosalp und nehmen Platz dann in der Moosalp und bestellen da unsere Erfrischungen, laufen dann oder gehen dann diesen ebenen Weg zurück. Ja, also soweit diese einfache Begegnung. Schauen wir uns mal an, was es so gebracht hat. Zunächst mal, für mich ist einmal das Resultat daraus. Also zum einen mal hat sich, habe ich meine Kenntnisse verbessert. Wie ich anfangs sagte, ich bin noch nie mit diesen Wanderstöcken gelaufen. Ich wohne in Oster. Und wenn ich dann da diese Jogger sehe, die mit diesen Wanderstöcken rumjoggen, dann habe ich die bisher für so Idioten gehalten. Wie kann man bloß mit solchen Stöcken rumjoggen oder rumlaufen oder spazieren gehen. Auf alle Fälle, das hat sich da mal ziemlich bewährt, vor allem beim Absteigen. Da war es dein Sohn schon sehr hilfreich, weil es doch teilweise rollend die Steine waren. Das war also gar nicht so ungefährlich. Das Zweite, was wir erlebten, das waren einfach diese Belohnung, die fantastische Sicht, weil wir diesen schwierigeren Weg nahmen auf den Grat, eben auf zwei Seiten des Grades. Klar, wenn das schönes Wetter hat und eine weite Sicht, dann macht es noch viel mehr Spaß. Wären wir den normalen, also den ebenen Weg gegangen, ganz klar, da hätten wir diese fantastische Sicht einfach nicht erlebt. Das Dritte, nun meine Fitnesszone, die habe ich dann massiv verlassen. Meine Komfortzone, der Fitness, klar, ich habe mein Ziel erreicht. Ich wollte diese Komfortzone vergrößern. Die habe ich dann auch vergrößert. Wir sind also um 9 Uhr schon los und gegen 16 Uhr waren zurück. Und 500 Höhermeter für mich waren einfach wirklich massivst, diese Komfortzone zu verlassen. 500 Höhermeter rauf und runter. Spannend war dann der vierte Punkt auch im Gespräch mit dieser Generation Y, in der meine, nicht die Sabrina jetzt lebt, wo sie zu dieser Generation gehört. Also hier ein Einblick auch, die Probleme, die sie hat, vor denen sie steht. Ganz, ganz spannend. Sie hat noch einen Punkt eingebracht beim anschließenden Gespräch dann auch, was es ihr auch gebracht hat. Sie hat sich für die nächste Herausforderung vorbereitet. Also weil wir diesen steileren Weg gingen, war es doch auch für sie etwas anstrengender. Und sie war dann ein paar Wochen später im Tessin, hat eine wirklich harte Tour mitgemacht. Und die hat es relativ gut überlebt, aufgrund dieser Vorbereitung, die sie eben mit mir gemacht, mit mir erledigt hat. Sie hätte dann vielleicht, wenn sie das nicht gemacht hat, sie hätte vier Tage Muskelkater gehabt. So hat sie nur zwei Tage Muskelkater gehabt. Ja, also das waren so die, das was man so rausziehen kann. Kommen wir zum Business Transfer. Wenn man da halt das verdeutlichen will, will ich auf der einen Seite Spitzenleistung erbringen oder normale Leistung. Und wir standen ja an diesem Wegweiser, da gab es einfach diesen einfachen Weg, geradeaus neben diesen schwierigen. Und je nachdem, was meine Zielsetzung ist, wähle ich auch den passenden Weg. Die Botschaft ist, aus dieser kleinen Geschichte, beide Wege führen zum Ziel. Also dieser Ebeneweg, relativ ebene Weg, und die über diesen Grat, die Gratwanderung, beide führten zur Moosalp. Und die Frage ist die, die man sich einfach hier an der Stelle zu stellen hat, was bin ich für ein Typ? Ja, damit will ich es an dieser Stelle mal belassen. Also so kann man das machen. Also auf der einen Seite eine ganz normale Bewegung, Begegnung, ein Erlebnis, das man so im Privaten auch erreicht hat. Und dann guckt man, was kann man so hier für das Business rausziehen, um den einen oder anderen Punkt eben zu verdeutlichen. Somit werden wir heute wieder ein praktisches Beispiel zum Thema Storytelling, für die alle, die hier einsteigen wollen, oder auch fortgeschritten sind für die Führungskräfte und die Unternehmer. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und freue mich auf eine weitere Episode, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Verabschiede mich. Sie wissen auch dieses Zitat, eine gute Story bewegt die Menschen, eine verdammt gute Story bewegt die ganze Welt. Ihr Ludwig Link Ich bedanke mich.